Ja, hallo und herzlich willkommen an unsere Zuschauer. Wir begrüßen euch heute hier aus der Katharinenruine vom 30. Sommernacht Filmfestival. Wir sind heute hier, um euch ein paar Eindrücke von dem Ganzen zu vermitteln. Heute läuft hier die Rocky Horror Picture Show mit dem Extra des Schattenkinos und das schauen wir uns jetzt zusammen mal an. Er hat sich bereit erklärt, mir einige Fragen zu beantworten, zum Beispiel, warum ich jetzt so ein V auf der Stirn habe. Ja, ganz einfach. Du bist zum ersten Mal bei so einer Vorstellung dabei, also bist du ein Virgin, eine Jungfrau. Und diese werden von uns später nochmal rausgepickt und müssen den Time Warp lernen. Was ist der Time Warp? Der Time Warp ist ein elementarer Tanz in diesem Film. Das ganze Publikum kann mittanzen, jeder kann mitmachen, weil einfach in einen Film gehen, sich das angucken kann man in jedem Film. Nicht in diesem, in diesem Film macht man mit. Ist das auch dann der Grund dafür, warum hier heute Abend so viele Leute verkleidet kommen? Oh ja, also der Film hat, also der läuft seit 40 Jahren durchgängig und hat eine unglaublich große Fanbase. Und die Fans kommen verkleidet, so wie ich hier, als die Figuren, die in dem Film auch stattfinden. Und die richtig eingefleischten Fans sind auch heute mit auf der Bühne dabei und spielen den Film quasi live mit möglichst echten Kostümen und Requisiten und allem, was dazu gehört. Ja, gestern waren wir am Marienberg und haben uns da den neuen Teil von Flucht der Karibik angeschaut. Einige Eindrücke seht ihr jetzt. Ja, das waren unsere Eindrücke von dem 30. Sommernacht Film Festival. Es hat uns Spaß gemacht. Wir sagen nochmal danke, dass wir teilhaben durften und hoffen, euch hat der Beitrag gefallen. So, wir sind ja hier heute zu dritt und nicht nur als Redaktions... Okay, dann bleib ich jetzt stabil stehen. Ja, hallo und herzlich willkommen an unsere Zuschauer. Wir sind auf dem Sommerfilm Festival... Nein, warte, ich muss nochmal... Sommernacht Film... Sommernacht Film Festival? Sommernacht Film Festival... Auf dem 30. Ich bin Dennis Jansmüller und ich ermittle verdeckt für Easy Young TV. Bis zum nächsten Mal! Himmel! Untertitelung des ZDF, 2020